Alex Ja? Und sie schreibt hey, was schreibst du denn? Hey! Dann schreib ich hey zurück und Falla, du hast grad geschrieben und Alia hat mir genau grad in diesem ... Äh ja Also wenn sie mir schreibt hey, dann schreib ich auch Hey, was geht ab? So soll ich schreiben, verpiss die Hey, was sonst? Jungs, warum geht sie mir nach Warte? Ja Walla, welcher Keck macht auf Digga? Welcher Hurensohn macht auf? Bei Gott, so ein Opfer, wer aufgemacht Egal, jetzt gehen wir, Bro Halt's Maul, du Keck, Digga Wer hat aufgemacht, Walla, gell, du Keck Ich hab nicht aufgemacht, Wasser, ich hab nicht ich hab nicht mal geschossen, du Nuttensohn Halt's Maul, das warst du Digga Halt's Maul Schau wie du lachst Digga Fuck you mom Ja, es leckt, Walla Jungs, es leckt Es leckt Es leckt Ich drehe durch Digga Da 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 Na 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 Geh, nur mit Statsch. Das ist ein Kek, dieser Paul. Paul! Ooooooh! Ja, hä? Ein Small Paul, hat dir jetzt gerade eine, hat eine gerade hier Hey? Nee, ich hab sie ja entfernt und... Ja, ja, Paul, ey! Eine hat dir gerade Hey geschrieben und du hast sie entfernt. Ja, gestern, irgendeine Sarah und dann hab ich sie auch entfernt. Und du fragst dich, ob du schwul bist oder ob du Hitto? Hä? Ein Vibe schreibt dir Hey und du... Entfernst dich. Ja, Paul! Wenn du nicht weißt, was du schreiben sollst. Ja, sag ich. Du bist ja fast noch mehr Jungfrau als Wandewon, Digga. Was da warst du, Paul? Ich hab ne Cha, du nicht, du... Ja, boah, wann aber... Ja, was aber, hä? Le Cha, Pika! Was sollst du denn sein? Ah, Chi Chi Pro. Ist egal, boah. Ah, jallot, Kalle. Ja. Ja. Und dann passt es doch. Ich fahr hier einfach mit dieser Drecksdrohne. Dann schreib dir bisschen... Ja, ich schwör auf alles. Ich... Okay, kann man nur Hey antworten. Dann schreibt man sie noch mal weiter. Ein Kanate, ein. Ja? Ja? Ich hab noch mal entschieden, so... Oh, wenn ein grünes ist, kannst du dir entfernt. Wenn die nicht taugt, dann kannst du dir entfernt. Ja! Hör auf den Weg! Nice, ich wurd betäubt welcher Bastard, Digga. Du kleine Hurensohn. Du kleiner Hurensohn! Äh, 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 äh! Wo ist die Bombe? Wo ist die Bombe? Der safe Russen, Alex. Der safe Russen. Alex spielt mit einem Russen im Team. Alex spielt mit einem Russen im Team. Er hat uns diese Raul. Bitte, Bro. Ich f*** Russen. Russen, f*** ihn. Ja, ja, ja. Okay. Ich f*** Russen. ... Warte, 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 tsch, tsch, Alex. Ich hol dir den. Er ist auf den stairs. Ja, warte. Warte, komm. Soll ich verwirren? Ich tu mich nicht verwirren. Ihr könnt mich heilen. Ihr könnt mich heilen. Ja. Danke, danke. Er ist so dumm. Sagt irgendwas? Ja, es ist durch, ich f*** Ukraine. So. Warte, warte, warte. Das war's für heute. Oh, das ist ein Affekan-Omabrug. Das ist ein Affekan-Omabrug. Das ist ein Affekan-Omabrug. Oh, das ist ein Affekan-Omabrug.